Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Play, es ist der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu diesem Verlosungsvideo. Ich hatte ja schon das Starterpaket, was mir Ibanez freundlicherweise zugeschickt hat. Habe ich ja auch schon in einem Unboxing-Video vorgestellt. Und da habe ich von einem Verlosungsvideo gesprochen. Und das ist heute jetzt soweit. Wir verlosen dieses Starterpak. Das hat einen Wert von 290 Euro knapp. Und beinhaltet hier diese E-Gitarre. Ich hebe sie mal ein bisschen hoch. Der Gurt ist schon dran. Lehnen wir mal den Karton an meine 2000 Euro Gipsen an. Hier haben wir diese wunderbare schöne rote E-Gitarre. Die E-Gitarre ist eine IJRG200U Red. Falls ihr das hier mal so sehen wollt. Ich habe das halt alles schon in einem Unboxing-Video vorgestellt. Ist eine sehr schöne Gitarre. Habe ich auch schon ein geiles Video zu gemacht. Müsst ihr euch mal angucken. Ist gut. Beziehungsweise es kommt glaube ich bald erst noch. Und die Gitarre ist dabei. Dann haben wir natürlich, wie es bei einem Starterpak da üblich ist, einen Verstärker dabei. 10 Watt hatte ich auch schon mal einmal ganz kurz angetestet. Klingt ganz cool. Dann haben wir für die Leute, die halt zu Hause nicht so richtig teuer, nicht so laut spielen können. Und auch nicht so viel Equipment haben. Vielleicht um irgendwie das. Also da haben wir einen Kopfhörer. Der ist jetzt nicht so super geil. Aber er reicht auf jeden Fall. Dann haben wir dabei ein Kabel. Handelsüblich. Instrumentkabel. Anleitungen. Und ein kleines Täschchen für Utensilien. Stimmgerät haben wir dabei. Kleck drin. Ein bisschen Werkzeug. Und natürlich eine Tasche. Also alles, was man für den Start erstmal braucht. Ja, zur Verlosung. Was müsst ihr denn machen? Wir werden das Ganze ein bisschen interaktiver machen. Sonst habe ich es ja immer gemacht. Ich habe das in die Kamera gehalten. Sagt, das könnt ihr gewinnen. Schreibt in die Kommentare rein. Oder keine Ahnung. Und dann lose ich das aus. Jetzt machen wir es ein bisschen interaktiver. Das heißt, ihr müsst was machen. Das ist immer der Beruf. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von verschiedenen Leuten, was ich denn da so machen könnte. Und zwar die Regeln jetzt des Gewinnspiels. Also sind folgendermaßen. Ihr sucht euch ein Tutorial von mir aus. Auf meinem Kanal. Ist egal welches. Es muss auf jeden Fall von meinen Videos sein. Und dieses Tutorial, beziehungsweise das, was ich da an der Gitarre spiele, versucht ihr nachzuspielen. So schtet irgendeines aus. Das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht egal. Also es ist egal, wie ihr das spielen könnt. Ob das schlecht ist oder gut oder perfekt oder so. Davon macht ihr ein Video. Und wie gesagt, das muss nicht perfekt sein. Ihr macht einfach nur ein cooles Video davon. Und dann postet ihr das bei mir auf die Facebook-Seite. Erstmal dazu. Also ihr spielt das, nehmt euch irgendein Tutorial, sagen wir mal von ACDC, Hybrid to Hell, nehmt ihr euch vor. Dann spielt ihr das. Kriegt es vielleicht nicht richtig hin, aber ist egal. So, und dann postet ihr das bei mir auf die Facebook-Seite. Dafür habt ihr bis zum 10.8., das ist der Mittwoch, 10.8. habt ihr dafür Zeitung. Bis 24 Uhr. Da könnt ihr das an meine Facebook-Seite posten, ne. Könnt ihr es vorbereiten, könnt ihr es spielen. Und dann postet ihr das bitte bis zum 10.8. postet ihr das bitte, äh, dann auf meine Facebook-Seite. Da geht ihr einfach auf die Facebook-Seite, geht dann, äh, da auf posten und dann könnt ihr entweder Foto oder Videos, äh, könnt ihr posten. Es, ich habe das so noch nicht gemacht. Ich kann es jetzt noch nicht 100% garantieren, ob da alles rund läuft, ja. Wie viel MB, keine Ahnung, ne. Wir werden es einfach versuchen und dann schauen wir einfach mal, ne. Ich hoffe, das endet nicht im Chaos, aber, ne. Ich habe es ein bisschen getestet und ausprobiert und normalerweise müsste das passen, ja. Falls es irgendwie im Chaos endet oder so, dann werde ich mich nochmal einschalten, aber eigentlich müsste es gehen. Ich wollte es nur einmal vorher schon mal sagen, ja. Also ihr postet das Video, wie ihr dann spielt. Länge und so ist vollkommen egal, ja. Und wenn es nur 10 Sekunden sind oder so, aber es sollte schon ein bisschen was sein, ja. Nehmt es auf jeden Fall ernst, bereitet es ein bisschen vor, fertig, aus. So. Dann gibt es jetzt hier unterhalb diesen Videos, gibt es einen kleinen Text, den ihr da reinkopieren müsst. Hier von wegen Gitarre und Bass lernen. So werde ich wahrscheinlich dann so machen. Dann Hinweis auf meinen Kanal, dann, äh, auf die, auf die Facebook-Seite, beziehungsweise auf meine Homepage. Und dann, äh, 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 die Regeln dazu. Und zwar die Regeln betreffen jetzt, oder sind jetzt folgendermaßen. Erster Punkt. Jeder, der dieses Video quasi sieht oder bewerten möchte, soll oder muss mir eine E-Mail schreiben. Eine E-Mail an kontakt.christianshowtoplace.de. Man hat bis zu drei Stimmen. Man kann auch nur eine nehmen. Aber man kann auch sagen, keine Ahnung, äh, meine zwei Brüder haben ein Video gemacht und ich gebe denen beiden meine Stimmen. Oder ich habe zwei Brüder und einen Freund. Oder ich finde von einem anderen das Video so cool, das möchte ich auch dann bewerten. Also ihr habt drei Stimmen. Das heißt, ihr postet bitte in dieser E-Mail drei, die Titel von den Videos. Und deswegen, ihr müsst bei den Videos, wenn ihr die auch hochladet, müsst ihr euren Namen nehmen und dann auch das Lied, sodass man dem das auch zuordnen kann. Auf jeden Fall nehmen wir dann den Titel des Videos. Und wenn ihr irgendeinen lustigen Namen dann reinpackt, ist mir das auch egal. Aber am besten euren Namen und dann den Titel. Dann kann man es besser dann definieren. Und dann können die Leute auch besser für euch abstimmen. Also ihr schreibt meine E-Mail und dann könnt ihr bis zu drei Videotiteln, könnt ihr dann da abstimmen. So. Ich werde dann alles dann sammeln, in eine Liste eintragen und dann für die jeweiligen Videos, die jeweiligen Stimmen dann sammeln. Okay. Aber wir werden dann noch einen zweiten, einen zweiten Schritt noch danach machen. Und zwar, ihr habt auch die Möglichkeit, die Videos auf meiner Internetseite zu liken. Ja. Die Likes entstehen. Und das Video mit den meisten Likes bekommt am Ende noch fünf zusätzliche Stimmen dazu. Ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, wenn jetzt bei den Videos ungefähr 1000 Stimmen kommen, machen die fünf natürlich nichts aus. Aber glaube ich nicht. Also ich glaube dann schon, dass diese fünf Stimmen auch auf jeden Fall was ausmachen. Wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass jetzt jedes Video ungefähr 580 Mal bewertet wird und keine Ahnung. Vielleicht lasse ich mir dann was einfallen, dass dann dieses Gewinner-Video vielleicht ein paar mehr Stimmen, aber ich möchte jetzt erst mal fünf Stimmen dem geben. Also so, dass die meisten Likes von einem Video dann auch nochmal einen kleinen Vorteil dann für euch ergeben. Deswegen haltet ihr euch an, macht ein schönes Video, schrebbelt da nicht ordentlich was hin, macht es nicht irgendwie total schäbig, irgendwie so mit einer Webcam, wo man das halbe Bild nur auf dem Tisch sieht, sondern macht es vielleicht ordentlich. Ihr könnt auch gerne was sagen, so Hallo Christian, Dankeschön und sowas. Ist mir egal, Hauptsache ihr müsst aber auch ein bisschen was spielen. Und Qualität und so ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber je besser, desto, sag ich mal, ist es halt schöner auch anzusehen, desto bessere Likes kriegt ihr dann da drauf. Ich wiederhole nochmal, erster Schritt. Ihr macht ein Video, postet das auf meine Facebook-Seite. Die Leute schauen sich die Videos an. Ich werde die dann auch am 10. Werde ich dann auch nochmal sagen. Also die und die Videos haben wir dann hier. Und dann bitte angucken, dann bitte bewerten. Und dann, wenn ihr das quasi für das Video abstimmen wollt, macht ihr das bitte per E-Mail an kontakt.christianshowtoplays.de Ihr schreibt einfach nur den Titel rein. Ihr müsst mir da keine Texte schreiben, einfach nur den Titel. Zum Beispiel Stimme 1, Stimme 2, Stimme 3. Könnt ihr auch nur 1 abgeben, das ist egal. Also eine Stimme, wenn ihr nur ein Video gut findet, ist egal. Ich sortiere das, trage das dann in die Liste ein und schaue dann auch am Ende, also am 10. könnt ihr, also am 10. ist das Ende der Video-Uploads. Und dann gucke ich bis zum Sonntag, bis zum 14. um 24 Uhr. Könnt ihr dann quasi abstimmen und dann schaue ich halt an Montag, schaue ich dann, wie viele Likes zum Beispiel dann die Videos dann bekommen haben auf meiner Facebook-Seite. Und dann dementsprechend wähle ich dann halt das mit den meisten Likes dann aus, was dann nochmal einen kleinen Stimmungsboost bekommt. Und dann mache ich, weiß ich nicht, Dienstag oder Mittwoch, lasse ich das Ganze dann, sage ich euch, wer dann da gewonnen hat. Ich hätte das gerne noch ein bisschen länger gemacht. Das Problem ist, dann kommen wir langsam so in die Phase rein, wo wir die Geburt unseres Kindes haben. Unser Geburtstermin ist am 26.8. und es kann nun mal so zwei Wochen, sieben bis zehn Tage schon vorher schon passieren, dass es kommt. Deswegen, da müssen wir auch ein bisschen gucken mit dem Termin. Also am 10.8. ist die Deadline fürs Hochladen, am 14.8. ist dann die Deadline, also am 14.8. um 12 Uhr nachts oder um 24 Uhr ist dann die Deadline dafür, dass ihr dann für das Video abstimmen könnt. Ihr könnt natürlich auch schon vorher abstimmen, also wenn jemand am ersten Tag direkt in einem Video macht, das hochlädt, könnt ihr auch schon dafür abstimmen. Aber ich denke, das nützt jetzt eh nichts, also bei den Videos werden die Likes jetzt nicht wirklich mehr, nur weil man jetzt direkt am ersten Tag, also ich denke, man wird einen kleinen Vorteil haben, wenn man jetzt nicht direkt erst am 10. das hochlädt. Aber trotzdem, lasst euch erstmal ein bisschen Zeit, zwei, drei Tage, bereitet das vor, spielt es ein und vielleicht könnt ihr auch schon irgendeinen Song spielen, den ihr durch meine Tutorials gelernt habt. Also ich hoffe mal, ja. Und ja, habt ihr noch Fragen dazu, bitte unter die Kommentare und ich hoffe, das geht bei Facebook alles gut, dass das gut hochgeladen wird und sonst müssen wir uns halt irgendwas anderes überlegen. Aber ich hoffe und ich denke schon, ja. Also nochmal kurz, Video hochladen, per E-Mail melden, um abzustimmen und auf die Videos bitte liken und natürlich, um es noch bekannter zu machen. Wenn ihr eure Freunde, eurem Freund helfen wollt, dann teilt die Videos, teilt sie bei Facebook, sagt hier, stimmt mal für ihn ab, der kann was dann gewinnen und sowas. Und ob der Videohersteller, was er jetzt mit dem Set macht, das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich, ich habe jetzt hier leider meinen Stift nicht dabei, meinen Stift, habe ich den Stift hier irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ne, oder? Ne, habe ich nicht. Dann mache ich das in einem Auflösungsvideo. Ich will nämlich hier noch mich auf der Gitarre verewigen. Ich habe da so einen silbernen Stift, aber ich habe nur so einen dünnen. Ich müsste mir mal so einen dicken kaufen, weil so ein dünner ist ein bisschen blöd, so zum Unterschreiben. Ich glaube, ein dicker ist besser. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, einen zu kaufen. Yes! Und da werde ich mich auf der Gitarre und vielleicht auch auf dem Verstärker verewigen und auf der Tasche und auf einfach allem. Da werde ich einfach überall meinen Namen und mein Logo drauf klatschen. Gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach bitte unter das Video schreiben oder mich persönlich dann anschreiben. Ansonsten dürfte ja jetzt eigentlich alles klar sein. So, liebe Leute, ja, macht's gut. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Video machen und da könnt ihr mal dann sehen, hm, was für eine Arbeit doch so ein Video ist, dass das ordentlich gemacht wird, ja. Ja, das ist nämlich immer so eine Sache, ne. Bei mir wird das quasi gefordert, dass ich hier die Videos immer ganz toll mache und wenn die Leute nichts mehr zu meckern haben, dann kommen sie dann, äh, der Sound, der klingt aber nicht original oder, äh, da ist aber was komisch an den Noten, ich spiele das anders und so. Also, wenn den Leuten nichts mehr einfällt, dann sind sie an Kleinigkeiten am Meckern und, äh, ja, ihr merkt, ich mache das noch nicht seit gestern. Ich mache es schon ein bisschen länger. Ich habe, glaube ich, jetzt bei YouTube, wie viel, 500 noch was Videos, also 550, 560, wovon alleine, ich denke mal, 400 allein Tutorials sind, kann das sein, ne, also, deswegen. Äh, dafür ist es eigentlich ganz gut, ne, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen quatsche, dafür, äh, äh, habe ich mega viele Likes immer im Gegensatz zu Dislikes und, äh, eigentlich so gut wie keine Hater, ne, da ist mal einer dabei, der mich ein bisschen belustigt, der sagt, ey, du Spacken, du kannst ja gar nichts. Sag ich, ja, toll, sagt meine Frau mir auch immer. Ja, das ist nichts Neues, ja, ja, also, äh, bin ich gespannt, was ihr so bei den Videos und so daraus zaubert, wie das dann aussieht, aber ich, äh, kenne das ja schon aus meiner Facebook-Gruppe, äh, wie ihr dann da manchmal spielt und, äh, teilweise ist das sehr, sehr gut, teilweise sage ich, okay, ne, ne, hast du, siehste mal, zehnmal ausprobiert, immer noch nicht gut und, ja, willkommen im Club, ne. So, dann will ich gar nicht weiter quatschen, ich muss noch weiterarbeiten jetzt hier, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und, äh, wir sehen uns, ciao, ciao.